Du lebst gesund und möchtest zusätzlich profitieren? Dann melde dich jetzt für unseren Wahltarif Cashback an. So kannst du dich über eine Rückzahlung deines Monatsbeitrages von bis zu 600 Euro freuen. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Risiken. Du hast auch weiterhin vollen Versicherungsschutz und kannst jederzeit zum Arzt gehen. Dann entfällt allerdings dein Cashback-Anspruch. Vorsorgeuntersuchungen sind hiervon natürlich nicht betroffen. Um teilzunehmen, füllst du einfach das Antragsformular aus. Das kannst du dann per Mail, per Post oder persönlich bei uns einreichen. Profitieren kann jeder, der folgende Bedingungen während der zwölfmonatigen Vertragslaufzeit erfüllt. Du hast keine Leistungen außer Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch genommen. Das gilt auch für volljährige Familienversicherte. Deine Kassenbeiträge wurden nicht vollständig von Dritten übernommen. Erfüllst du diese Kriterien, läuft alles vollautomatisch und du musst nichts weiter vorlegen. Nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem dein Cashback-Vertrag endet und einer Bearbeitungsdauer von rund neun Monaten, kannst du dich im vierten Quartal über deine Rückzahlung freuen. Interessiert? Dann schließe jetzt dein Wahltarif Cashback ab. Übrigens, es gibt keine automatische Verlängerung. Wenn du also weiter profitieren möchtest, füll einfach einen neuen Antrag aus. Mehr Infos dazu findest du online unter mobil-krankenkasse.de slash cashback